das ist mir gerade egal ich möchte mal gucken dass wir überhaupt gratis für welche dass man versagt ich tue mal jetzt ein bisschen was an meiner radtechnik dann halt stopp b nein ja ich weiß dass ich freundeseinladung habe dankeschön daran musst du mich nicht jede fünf sekunden erinnern t4 t3 wheels sind die wo ich brauche und ihr seid t4 steering also brauche ich t4 einfach das t4 wheel es heißt t4 wheel und steering ich habe doch beide sich das auch schon wieder das heißt du warst ziemlich weit außen gelegen genau hier verschwindest du und dann verschwindest du und zwei normale wheels bitte einmal hier hinsetzen und hier hinsetzen so ein zentrales und einmal links und rechts und damit sollte ich hoffentlich beton liegt auch hoffentlich etwas besser denken können phragment memories zehn sie werden genutzt moment war eine konkrete wo 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 wie das ist das wirklich so aus wenn ja habe ich so einiges wieder vergessen von der alten zeit wer es nicht weiß was ja gar nicht wissen könnte eventuell ich habe es geliebt geil spielen mit 1 das was mich eigentlich aus pc spielen gebracht hat ich muss damit kommen wenn irgendwie helfen können vor irgend ein gegner kommt nein der ist wesentlich schwerer als ich also was natürlich weniger bis gleich gut ist komm schon dein floppy habe ich jetzt kaputt das gucken wir haben verdammt viel verloren durch den ersten einschlag schon ganz linke seite wenn mich da ist eine trifft bin ich sowas von am arsch ist niemand hier ist niemand wir müssen ich muss mich größer bauen das hat so keinen wert wird das was ich am aufbauten habe ich nicht viel zu kurz geraten gebe ich jetzt zu wenig zu kurz habe ich bin gespannt wo ist die gegner so ein kill aber das reicht mir nicht also sein freund sind die alle ich höre schüsse ich sehe zu den schlüssten lokalen ich habe was gesehen darf ich nur sagen meiste leistung darf ich mich selbst loben dafür verdammt ich höre auf jeden fall jemanden der versucht hochzukommen ist aber nicht schaffen wird ich glaube ich muss ganz ganz dringend meinen robbie werbein der hier auch er mag zwar die körperlich schlecht hin sein aber ja das war's mit einem schluss gemacht ich will es gar mal behaupten wir haben verloren oder sah jetzt nicht so ruhig für uns aus dabei ist russig noch weit untertrieben haben sie mich immer jetzt schon mal ein guter anfang das noch so viel bekommen ja gut die hälfte ausgeben zu gäst ich weiter ich brauche bei dem panzer mehr gewicht das heißt habe heavy tubes das heißt ich habe ich sehe den die kann ich wieder hier umbauen so einmal so und aber so jetzt kommen noch mal die frontpanzung zum beispiel hier die muss dranbleiben und die panzerung schauer ganz schnell aus das heißt wir können jetzt noch einen zum beispiel nachdem jetzt ziemlich viel gewicht unten haben wie viel wiegt denn so ein ding überhaupt 15 kilo anstelle von 9 sogar noch ein bisschen mehr nach unten verteilen wie gesagt jetzt umzubauen wir ein bisschen ja nicht so gut so 36 12 stück das heißt wir haben genug um die ganze vor der peripherie und die hintere auch mal ordentlich auszumachen aufzumotzen ist hier kommt noch eine rein hier kommt noch eine rein das gleiche auf der gegenseite natürlich habe ich mir das gemerkt wo ich was hingebaut habe wäre auch dumm gewesen weiß ich mal wieder hier ich habe noch was genau was ich noch vier stück habe ich noch das ich einfach mal 123 und 4 wo ja wesentlich schöner jetzt möchte man noch gucken weil es das so ein bisschen mehr da ist aber auch schon mal ist war die ich kann ganz richtig richtig boîte mal auf dem in dem richtigen Mann bin ich hab's hier ich gerade 4 4 4 4 übernehmen dankeschön alles schon mal ausgeben die frage ist auch was wollte ich noch mal nachgucken ich hab alles was hier typo hardware plasma launcher 4800 schlag mich tot so viel zum thema ich rüste mal kurz mein kleines gefährd mit ein paar neuen plasmakanonen auf nein ein großes gemeintes definitiv ist nein hollis der schaut interessant aus ich weiß nicht wie der fliegt aber er fliegt genial und da ist er schon wieder mr dark pancake warum schießen die auf mich ich habe mal gehaubt der server wird gerade wieder etwas lege schaden die geraden hollis bewundert und schon tot dankeschön dass du irgendwie gespielt hast noch gleich nichts zu werden fangen die geschossen brauchen auch etwas zu lange bis sie unten sind so ist eventuell nicht nach da unten fliegen das könntet ihr eventuell nicht gut bekommen das kann unten möchte ich einfach mal jetzt nicht zulassen ja nicht ganz nicht ganz so zu hoch zu dankeschön nummer uno wo ist denn der nächste unterwegs mr ragan ich habe ich doch da unten schon gesehen den könnte man sich doch jetzt glatt mal holen und da hinten kam noch mal ein schuss der juckt mich jetzt gerade eher weniger sondern eher nein da ist er nicht okay wir können mich für völkter klären aber ich könnte schwören ich hätte hier jemanden gesehen wie für ich hab was helendiger drecksack die heimler ninjas wächst das ninjas eins ouch da kommt der nächste da kommt da habe ich jetzt ein rad von ja es kann ein bisschen schwierig hier ich habe nicht einmal getroffen ach gott jetzt schon wieder sonne ich sag jetzt mal nicht dazu ihr wisst wie ich zu sowas stehe noch zu sowas er war ja ne er war eigentlich wieder der wo einfach nur nach oben fliegt ich sag einfach mal dazu langweilig muss ich zum ersten mal die mauer ihr könntet einfach einnehmen bitte ich will sich heraus versuchen noch mehr blechen und das gefällt mir jetzt grad ganz und gar nicht ihr wollt mich verarschen wisst ihr was dann mache ich an der stelle einfach schluss kann ja noch ein bisschen dauern in dem sinne hoffe ich ja das viel spaß an zuschauen würde mich freuen mir das nächste mal wieder einschalten würde bis dato macht es gut und wie immer tschüssi